Stimmereien mit die Mexikos Komm an den Fang, ja Jo Jo Grüß Sie guten Tag im Autohaus Silver Lake Ich muss jetzt so hassen Ich möchte ja nichts sagen, aber ihr habt irgendwie immer dieselben Geistern, das fällt auf Wir sind ja schon ein bisschen länger rumgefahren Was kann ich noch mit dir irgendwie mal reinrennen? Wir haben immer die Und eigentlich Muss ich den ersten mal rein testen Jo, mach's gut Ich mach's doch hier auf die Schnittse Mach mal endlich mal was als Familie machen, ne? Ja, das stimmt Seht das eigentlich als Familieausflug bei euch denn? Ja, das stimmt eigentlich, ne? Ja, das stimmt eigentlich, ne? Ey, also wenn das ein Familieausflug ist, ne? Dann gibt's ja auch mal Kekse Lass uns mal bitte zusammen hinstellen Hier Wir machen jetzt ein Foto Hier ist im Bankraum zusammen Oh, oh, ich hör die Wir machen jetzt mal ein Selfie Warte, ich mach mal immer ein Foto Ich müsste was essen Ich müsste was essen Es macht das voll State Auto, wenn's okay ist, ja? Oh, oh Wunderschön Wunderschön, sogar der Elchi ist drauf Vor allen Dingen Vor allen Dingen der Hink, du hast auch noch mit der Frau Von der Frau Baum verheiratet Ist auch noch Was wer? Wer? Die Frau Baum ist meine Frau Sehen wir haben mal geheiratet Oh, das ist ja dann quasi Oh, müssen wir hier abends Ey das ist doch, das ist doch hier eigentlichs, ne? Das ist doch hier eigentlichs, ne? Das ist doch hier eigentlichs denn jetzt wie so ein Flitterwochen, oder? Achso, nein, noch nicht Könnte ich jetzt was essen? Ihrer beide Ja, oder? Dann wär es ein 3er AT Seh ich nicht Oho, ichklärmals kampen das Wort Heli Es bin ich da!! Was denkmis? Sonst donnere ich gleich mit n im Tieren auf dem Tisch Alles gut Ich Das ist doch angenehm oder 등? Ich bitte eine Banke mache sie hier Ist klar Gut, ne? Ja, hast du die, gehst du? Jo. Danke. Jetzt kommen die. Ganz halt kommt kein Schwein von dem wir rumfahren. Jetzt kommen die. Dann drehen die ab. Nicht nur du. Oh Mann. Ist nett, wagen wir schon, der auch kommt von der Noxelbank rum. War ja kein Schwein da. Ich hab so ein Auto abgestattet. Der ist schön, der hat eine schicke Ausstattung. Ihr hört jetzt richtig hübsch. Was ist denn das hier? Ist das die Standheizung in der Mitte, oder? Ist das eigentlich euer Ernst? Was denn? Was denn? Dass ihr mit den Mexikanern arbeitet? Also wird ihre Tacos mecken ja immer. Ja, das ist richtig. Heißt du? Wir sind eigentlich gerade an die Born. Seitdem ich da gezeigt habe, wie gut ich bin. Ey, der andere. Ah, wo sind die immer nett zu mir. Arschloch. Was heißt das? Warum? Im Winter davon kommen die Geldkonti ruhig behalten. Wir haben heute schon eine. Hä? Was? Geld? Äh, wenn du das Geld rauskommst, die Kinder rauskommst, die Kinder rauskommst. Tschüss. Das ist Erika. Tschüss. Wir haben halt nur Scheiße irgendwie rumgelaufen. Wir sind ungefähr schon eine Stunde mit dem Ding da rumfahren. Aber, Jungs, ganz ehrlich, seit zwei Tagen, egal wo wir sind, und zwei Morrison-Town-Rocker zu uns zustoßen, wenn wir über was reden müssen. Kommt sofort die Polizei. Wie gestern? Haben sie Razzia gemacht? Irgendwelchen Waffendeal? Wo alle hochgenommen worden sind. Das ist, das ist, dieser Trick, der kommt mir sehr bekannt vor. Den habe ich schon mal gesehen. Und wenn die rauslaufen, dann kriegen die volles Fund ins Gesicht, Alter. Safe. Ich glaube ja, dass die mit Hass auf uns draufgehen wollen. Besonders wenn die diesen Wagen da sehen, werden die anfangen zu schreien, glaube ich. Die kommen wahrscheinlich da oben nicht durch. Und dann denken sie, ja, kommen sie halt hier und mit Hass noch her. Vor allem die ganzen von denen gestorben sind, wahrscheinlich werden die jetzt gerade, ne? Äh. Neu aufmachen, alle auch hierherkommen. Ach ja, ne? Nummer eins zur Info. Ähm, die Elch wird sterben, wenn wir nicht über 200.000 aus die Bank kriegen. Haha, immer noch dieselbe Wette? Ja, wir haben da so ne Wette. Was denn für dieselbe Wette? Na, wenn du über 200.000 haben? Ja, das nächste Mal was dein Bruder. Ach, das hast du mit meinem Bruder erzählt gerade? Ja. Ja, sehe ich. Arschloch. Der haben wir doch die Frau auch an dich verschenkt, ne? Ja, das letzte Mal war das aber die Eileen, aber die Baumel, die ich auch mache. Ja, jetzt sehen wir aber ja an neuer Frau. Ah, das Schnuckelchen. Hallo? Lass das deine Frau! Entschuldigung. Das ist meine Frau! Entschuldigung, hab ich doch gesagt. Ja, meine Frau ist ja nebensäcklich, ich verschenke die gerne, aber... Du bist ein Mann! Ja. Was denn? Du machst doch hinter meinem Brücken eh mit so nem Busch rum. Aber... Aber das ist doch... Das ist doch nur zum Räumigen und Verwohnung. Zu suchen. Willst du mich verarschen? Ich bin gerade aus dem scheiß... Polizei-Hacku rausgekommen. Wollte? Heils Maul! Ich wollte dir grad ne Waffe holen! Und ich meine, da kommt ein RTW! Und wer doch fast... Und wer doch fast gewandert! Nein, RTW! Die Felicia ist da! Also RTW hier drinnen wär auch noch ganz cool eigentlich. Das hab ich aber auch noch nie. Ich würde euch gerne mal mit einem Stage-Rubber-Wagons möchten von der Mann. Ja, das ist der Herr Rehling. Mit dem haben wir vorher schon ein bisschen Quatsch gemacht. Dem ist genauso langweilig. Der kann sich ja mit seinem RTW hier reinsetzen, Menz. Ja? Die Matrix, die war jetzt erst ein bisschen rückgesehen. Ich fand's ja irgendwie entspannend. Das war nicht so... Ich weiß, als ob der Baum gewartet ist. Ein Wuss. Wir haben hier weiter nicht schnell genug. Da muss der bestaunt werden. Ohhhh. 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 Aber das kennen wir doch auch, ey. Guck mal, wollen sie den Grund anlegen? Nein, das ist Roller. Das ist Roller. Willkommen, Sir. Der soll einem Rappdopper voll. Ist sie? Ja. Ich hab ihn gut rauslassen. Das war schon mal Schluss, meine Leifes. Kannst ihr bitte das aus einem Stürmen? Ja, der ist gestern. Ich kann jetzt nicht stehern. Ähm. Wie ist euer Plan? Lassen wir zurückkommen oder? Wahrscheinlich kommt ihr jetzt gleich keiner kommen. Lassen wir uns verhaftet. Wirklich keiner kommen am Letz, wo man stürmen. Die stürmen sowieso. Wir können glücklich sein, wenn wir leben. Wenn wir wegkommen, ist aber gut. so hätten wir das auto gegen das geld ist der sack alter die nase kommt mir bekannt vor ich mach mal sirene das ist dein mann rung und nach macht man den krachter aus ja das denken wir uns auch immer guten tag wunderschönen guten morgen und holen sie sich einen regenschirm raus ich habe einen großen hut das geht schon mein name ist detective matthews vom lvpd sheriff department trotzdem ist meiner größer was ist hier los warum steht da ein fahrzeug in der bank sind da leute gefesselt und darf die geisel antworten ach so ne geisel du hast die klappe dahinten wir waren gerade im busch reden da mach weiter den sauerstoff hier in den raum äh jungs hier vorne spielt die musik hallo ja oh wow ich weiß es nicht ich würde jetzt gerne mal wissen wer mein behandlungspartner hier vorne ist ist das der mit dem großen hut oder der mit dem rock ey was mit mir jetzt ich rede auch mit ihnen ich bin dafür dass ihr praktikant mit uns verhandelt weil die beiden verstehen sich sehr gut ist nicht dafür geschult verhandlungen zu führen aber ich sehe ist jetzt der sack der praktikant hallo satz hallo dann will ich den da vorne mit der sexy grunde huu kenne den praktikanten ja ja ist mein ehemann hallo ja ehemann das ist aber nicht besonders gut dass dein ehemann da gerade in der warte ist ich will ihren kollegen ich will nicht mit ihnen reden ich will mit dem da mit der sexy brüder reden ja wir sind hier nicht bei wünsch dir was hallo nicht mit wem habe ich denn hieres vergnüge hallo ich bin die hektor hallo hektor hallo ja was ist die randy ich habe eine weile nichts mehr gegessen ich sollte mal was essen türen hörst du was nein alles gut er dient doch jetzt erklärt mir mal bitte was hier los ich bin hier vorbeigefahren und da stand hier so ein auto drin hinten ist nicht abgesichert wir können hinten einfach wegfahren aber du musst da rauskommen ich habe das auto von der es blinkt hier wieso kommst du hier das fenster durch ich will es nicht probieren nicht dass ich wieder da kommst du durch musst du da mal einschießen ja wir müssten uns einmal einschießen jetzt habe ich einen kredit abschieben ich bin noch nicht mehr hier in der hyponität der dingens drin ich habe schufa einträge achso sie sind quasi ich wollte meinen hafen zu check das er schaffen würde ich wenn dann also wenn mir jemand kredit macht war ist das er wahrscheinlich weil er hat ehrliche arbeit hektor hola ich bin die hektor hektor hast du mir immer wieder erklären was hier los ist ja gut wir sind also bekannte haben uns getroffen dachten wir mal bank die hat mich ein bisschen beschissen ist wo ich mir mein geld ja sie hat mir das das auto hier verkauft für äh 220 1000 ja und äh wir können es ja nach wie vor mit dem auto einfach machen wir haben mal zwei geißel die sind nicht salzig also machen nicht den anscheinend von anfang an also gut achi kann wahrscheinlich mehr gegenüber auch nicht so salzig sein aber ja ich habe keine ahnung ja die ist eigentlich ganz gelassen irgendwie kriegt man auch so das rothelie kommt 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 ich frag mal ja ja das war das beste das macht die da und das andere ist meine frau steht noch vor meine frau steht noch vor sich meine frau steht noch vor sich ich bin nicht meine frau ich bin nicht meine frau haben wir geheimratet nein nein warum bin ich freiwillig Otto holen Sie mal zu ich bin gleich für die Besitzende so das kannst du mal zu rothelie hier legt nicht wird gut ich glaube ich brauche einen Eheberater abgesehen was die polizei ist inkompetent hallo 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 reiß dich zusammen bitte die brauchen wir nicht nein hören Sie gar nicht ob Sie gar nicht ich finde die machen einen super Job sehen Sie ja ich darf das 40 Minuten ist ein scheiß Auto drin aber ja ja das ist ein Geißlein so eine kleine Pflanze Geißlein heißt sie mhm man hört sie nicht Herr Matthews hold auf ich habe den Punkt und um es hat den 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 Wir kriegen unter 220.000 draus, weil dann fordere ich dafür, dass ich für dieses Auto noch einen Ersatz verdiene. Hier sind wir am Arsch. Ich werde mein Geld wieder haben für dieses scheiß Auto. Soll ich mal versuchen, dass wir eine Helikopterabholung bekommen? Nee, dann kommen, glaube ich, die im Schwarz. Ich glaube, es ist 91 Bar. Ja, aber kommen wir hier hinten nicht raus? Doch, wir müssen hinten nur die Scheibe einschießen und dann ins Auto einsteigen, als zumindest vier kommen weg. Weckle! Sie? Oh, nee. Man, ey, wirklich? Oh, Rico, ey. Ja, einer ist weg, ne? Der Rico. Der, weil er hinter dir liegt. Wie ist es? So lecker, wie ist es? So lecker, wie ist es sauer? Ich hab so ungefähr eingefangen, wo sie so zwei, drei Weißer ist und so. Konnektur, ich hab mal auf's gesehen. Das ist eine Befläme. Wow. Wir haben mehr, so und noch zu. Oder? Der Rico ist tot. Der, über Fahrzeug mit, ähm, wer so rumfährt, die sehen, also von der Beschreibung her, würden sie da drauf recht gut passen. Ich bin übrigens gleich fertig. Wie ist denn die Beschreibung? Ich schießt noch die Scheibe auf und jump'n raus. Oder dann können wir rauf springen, oder? Nein, ich hab mal eine Irre, grüß dich. Marcel, 4, 2, 3, 1, 1, vielen Dank für dein Follow-Man lieber. Ja, ja. Ich würde gerne wissen, was... Awww. 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 raus macht die scheiben und die scheibe kaputt ich hab doch gesagt dass uns einschießen du musst fahren vor durch die trübe los wozu es war hier die ist in der uns wie die hat uns glaube ich gesehen Und Famous kriegst du dich und weg. Das war'n guter Move. Also wir können übrigens Geld behalten, ne? Okay. Ja, teilen wir den. Die haben schon mal heute einen gemacht. Ja, teilen wir den durchs 4 oder so, jeder 20 oder so. Geht der noch? Nee, warte, warte, ich tapp noch. Machst du? Okay. Gott sei Dank haben wir ein bisschen Vorspuren aufgeregt. Scheiße, da kommt der schon wieder. Oh. Fakke, der hat uns, der hat uns gesehen. Jo. Wir sind doch vorher noch schnell. Das ist das Wort. Ja, natürlich. Wunder. Ja, 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 ja. Es wird Gas geben. Warum sind wir hier immer unter uns her? Ja. Ja. Zeig mal, was von deinem Bruder du gelernt hast. Äh, so'n Asien müssen wir mal am besten fahren? Ja, zum Beispiel. Kommen eh hinterher. Ratschen. Das glaube ich's nicht. Ich weiß. Also zuerst, ähm. Wird man natürlich von dem Geld eine Langwaffe kaufen. Ja. 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 Wie lass dir haben. Ja. Ja. Ja, ne, ne. Der fliegt fort. Ja. 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 Und da hat er uns, glaub ich, gesehen. Ja. Wo ist er denn? Ach, der ist höher gegangen. Jetzt fliegt er vorn. Jetzt drinnen im Rebellenposten. Warte mal.